Denn jetzt gibt es die sensationelle Duo Magic mit revolutionärer Thermokeramik. Erstmals zeigt Ihnen Ihre Pfanne, wann sie die richtige Temperatur erreicht hat. Die roten Punkte verfärben sich, wenn sie erwärmt werden. Und sobald alle Punkte verschwunden sind, sobald die Pfanne strahlend weiß ist, haben Sie die richtige Temperatur zum Kochen, Braten, Dünsten und Schmoren. Verschwenden Sie nie wieder wertvolle Energie, denn mit Duo Magic wissen Sie ganz genau, wann Ihre Pfanne die richtige Temperatur erreicht hat. Und genießen Sie gleichzeitig alle Vorteile von hochqualitativer Keramik. Kochen Sie gesund, ohne Fett und ohne Öl. Nichts bleibt mehr kleben oder haften. Und die Reinigung von Käse, Zucker, eingebrannter Milch und viele mehr geht wie durch Zauberhand. Und hier sind Ihre Moderatoren, Christina Knebel und Peppi Rössler, um Ihnen alle Vorteile der revolutionären Duo Magic zu zeigen. Ein ganz herzliches Willkommen hier in unserem Küchenstudio. Heute haben wir was ganz Magisches für Sie. Die Duo Magic, ganz neu. Und die wird uns präsentiert von unserem Küchenspezialisten Peppi Rössler. Ja, das ist wirklich etwas Besonderes, meine Damen und Herren. Die Duo Magic Keramikpfanne ist eine Thermokeramikpfanne. Das heißt, diese Pfanne hat innen rote Punkte. Und jedes Mal, wenn sie heiß wird, dann wird die Pfanne strahlend weiß. Dann wissen Sie, Sie haben die richtige Temperatur zum Braten, zum Garen, zum Dünsten. Diese Pfanne können Sie immer und überall verwenden. Auf Gas, auf Ceran, sogar auf Induktion. Ein Wärmespeicherboden macht möglich, dass die Pfanne gleichzeitig bis zum obersten Rand beheizt wird. Entschuldigung, jetzt sehen Sie hier drin, was passiert. Die Punkte verschwinden. In Sekundenschnelle verfärbt sich dieser zwei Komponentenboden. Das nennen wir Thermokeramik. Bei 80 Grad verlieren sich die roten Punkte und Sie halten ein strahlendes Weiß. Und damit das Signal, jetzt beginnen Sie zu kochen und jetzt beginnen Sie zum Energiespannen. Die revolutionäre Duo Magic zeigt Ihnen, wann sie bereit ist zum Kochen, Braten, Dünsten oder Gratinieren. Sobald die roten Punkte verschwunden sind und die Pfanne strahlend weiß ist, haben Sie die richtige Temperatur. Kein zähes Fleisch mehr bei zu niedrigen Temperaturen und keine Energieverschwendung durch zu langes Warten. Keramik war gestern. Thermokeramik von Duo Magic ist die Zukunft der Küche. Schon heute zu haben beim Mediashop. Ohne einen Tropfen Öl können Sie auf dieser Thermokeramik-Oberfläche, meine Damen und Herren, ein Ei so schön braten, dass Sie das wirklich hundertprozentig herausschieben können. Das heißt, das Ei schwebt hier drinnen in der Pfanne. Hier, meine Damen und Herren, haben wir alles fein, was eine Pfanne haben muss. Von Flammschutz über einen Griff, der Hitze beständig ist. Einen Korpus aus Aluminium. Ein Innenleben aus Thermokeramik. Da haben wir die Garantie. Alles, was ich hineingebe, kriege ich und auch Sie zu Hause problemlos wieder raus. So, meine Damen und Herren, sollte Kochen funktionieren. Was passiert normalerweise, wenn ich mit einer Pfanne in eiskaltes Wasser gebe? Schauen Sie ganz genau, was jetzt passiert. Die roten Punkte, die jetzt unsichtbar sind, werden wieder sichtbar, aber nicht nur das. Diese Pfanne erleidet keinen Schaden. Der Boden wirft sich nicht. Der bleibt plan, ein Leben lang. Duo Magic ist ein Muss für die moderne Küche. Die Kombination aus Keramik, einem der stärksten Materialien der Erde, und Aluminium macht aus Duo Magic die stärkste und stabilste Pfanne, die wir je hervorgebracht haben. Im Gegensatz zu herkömmlichen Pfannen hält Duo Magic den extremsten Belastungen stand. Veredelt mit thermokeramischen Punkten zeigt Ihnen Duo Magic die richtige Temperatur. Wenn Sie die roten Punkte sehen, ist die Pfanne kalt. Sobald die roten Punkte verschwinden, hat die Pfanne die ideale Temperatur für perfektes Braten. Genießen Sie dabei die unfassbare Antihaftwirkung für einfache Handhabung und kinderleichte Reinigung. An der porenfreien Oberfläche von Duo Magic perlt alles ab. Sie wollen mit Besteck in der Pfanne arbeiten? Mit Duo Magic ist das kein Problem. Sehen Sie selbst, während sich bei herkömmlichen Pfannen die Beschichtung bei kleinster Einwirkung auflöst und in Ihrem Essen landet. Hält Duo Magic jedem Härtetest stand. Kurzum, Duo Magic ist die beste Pfanne, die Sie je in Händen gehalten haben. Also, Sie können sich weiterhin mit herkömmlichen Pfannen herumplagen und immer wieder neue kaufen. Oder Sie entscheiden sich für Duo Magic, das neueste Küchenhighlight zum Sensationspreis. Das ist bei der Chinkenteig, Omlettenteig. Wir sehen jetzt ganz deutlich, die Pfanne wird weiß, sie erwärmt sich wieder über den Rand. Wenn die Pfanne die Farbe verliert, dann schalten Sie den Herd einfach um 50% zurück und Sie haben ein 100%iges Ergebnis. Es wird sich in der Oberfläche nicht verewigen. Auch ohne Fett? Ohne Fett, ja. Du kannst alles mit oder ohne Fett machen, wie du möchtest. Immer wenn Sie Duo Magic sehen, dann sind Sie richtig. Das ist das Original. Das bekommen Sie nur hier bei uns. Und das, meine Damen und Herren, sind Merkmale einer Pfanne, von denen man bisher nur träumen konnte. Eine gleichmäßige Wärmeverteilung schaut bei uns so aus. Das Omlett wird gleichmäßig rundherum angebräunt. Immer dann, wenn es weiß ist, dann haben Sie die richtige Temperatur. Dann gibt es 100%ige Ergebnisse. Jetzt greife ich hier hinein in diese Hochrandpfanne und für dich verbrenne ich mir die Finger. Ja, danke. Ich rolle sie. Mit einem Handgriff, brauchst du nicht mehr angreifen, nehme ich sie heraus. Jetzt kriegst du aber von mir noch außen die Schokolade drüber. Dann kriegst du noch dazu geriebene Nüsse, damit es so richtig gut schmeckt. Die Duo Magic, meine Damen und Herren, das ist die Keramikpfanne von morgen zu einem Preis von gestern. Die Duo Magic vereint die Vorteile der besten Keramikpfanne der Welt. Hitzebeständiger Griff, Flammschutz, Wärmespeicherboden, Zargendeckel und Auslassventil mit der revolutionären Thermokeramikbeschichtung. Sobald die roten Punkte verschwunden sind und die Pfanne strahlend weiß ist, ist die Duo Magic einsatzbereit. Kein zähes Fleisch durch niedrige Temperaturen, keine Energieverschwendung durch zu langes Warten. Kochen sie fettfrei und gesund. Nichts bleibt kleben oder haften und die Reinigung von Käse, Zucker, eingebrannter Milch und vielem mehr geht wie von Zauberhand. Die revolutionäre Duo Magic ist die beste Pfanne, die unsere Experten jemals getestet haben. Ich befasse mich seit über drei Jahrzehnten mit Kochen und mit Kochgeräten. Das ist die beste Pfanne, die ich je gezeigt habe, die ich je verwendet habe. Auch Sie zu Hause werden begeistert sein. Vergleichbare Pfannen haben nur eine durchschnittliche Randhöhe von drei Zentimeter. Aber die Duo Magic mit der revolutionären Thermokeramikbeschichtung ist eine Hochrandpfanne mit reichlich Platz für Speisen aller Art. Und jetzt aufgepasst, wir haben heute ein Angebot, das Sie nicht ausschlagen können. Sie erhalten Ihre Duo Magic für ein sensationelles Kocherlebnis zum unschlagbaren Markteinführungspreis. Aber das ist noch nicht alles. Zusätzlich zu Ihrer Duo Magic erhalten Sie den Thermoglasdeckel mit Zargenrand und Dampfventil gratis dazu. Aber es gibt noch mehr. Im Rahmen unserer Markteinführung erhalten die ersten 100 Anrufer nur hier und nur heute die exklusive Duo Magic Großraumpfanne mit noch mehr Platz für all Ihre Speisen. Inklusive Thermoglasdeckel mit Zargenrand und Dampfventil. Ebenfalls gratis dazu. Vergleichbare Pfannensets kosten Sie weit über 200 Franken und können nicht einmal einen Bruchteil von Duo Magic. Aber dieses sensationelle Set erhalten Sie für nur vier kleine Raten zu je 39 Franken 90. Und jetzt kommt die Sensation. Weil Duo Magic Markteinführung in Europa feiert, streichen wir noch einmal eine ganze Rate. Ja, Sie haben richtig gehört. Sie sparen fast 40 Franken und erhalten das exklusive Duo Magic Luxus Set. Bestehend aus der 24 cm Pfanne und der 28 cm Großraumpfanne. Beide inklusive Thermoglasdeckel für nur unglaubliche drei Raten zu je 39 Franken 90. Aber jetzt legen wir noch einen drauf. Wenn Sie jetzt anrufen und sofort bestellen, bekommen Sie zusätzlich auch noch die Duo Magic Frühstückspfanne für Ihren perfekten Start in den Tag. Ebenfalls vollkommen gratis mit dazu. Und es bleibt immer noch bei nur drei Raten. Ah, 39 Franken 90. Dieses fantastische Angebot dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Also, worauf warten Sie noch? Rufen Sie gleich an oder bestellen Sie bequem im Internet unter www.mediashop.tv. Die Pfanne wird weiß und ich weiß, jetzt habe ich die richtige Temperatur. Ohne Öl, ohne Fett. Nehme ich hier diese Schweineländchen, gebe sie in die Pfanne. Meine Damen und Herren, Sie hören ein knuspriges Geräusch. Ich lasse das Fleisch da drinnen hundertprozentig schweben, meine Damen und Herren. Schauen Sie einmal her, das ist doch ein Genuss, wenn man so kochen kann. Das flutscht über den Boden. Das flutscht über den Boden und auf der unteren Seite. Durch den Thermoboden, den wir eingebaut haben, haben Sie eine gleichmäßige Bräunung. Aber wie schnell das geht. Ja und wie schön das wird, über die Schweineländchen leg ich jetzt Schmelzkäse. Aber das klebt doch, Herr B. Nein, überhaupt nicht. Ich kriege das aus der Pfanne so heraus, wie ich es eine gemobbt. Das ist eine traumhafte Pfanne, eine zauberhafte Pfanne. Darum heißt es ja Duo Magic. Wir haben geglaubt, bei Keramik in der Pfanne haben wir schon den Berggipfel. Jetzt haben Sie hier die Pfanne von morgen zu einem Preis von gestern. Das begeistert jeden. Deckel drauf mit einem Zagenrand. Eine Öffnung, dass da Überdruck herauskommt. Jetzt schau her. Wie bekomme ich das Ganze heraus? Das will ich sehen, wie du den Käfer da wieder rauskriegen. Aber zuerst werden wir das Ganze noch platzieren und schön bunt machen. Wir geben da oben frisch gehacktes Gemüse drüber. Ich mache das auf die einfache Art. Ich serviere dir alles auf einmal. Und jetzt der Horror der Hausfrauen. Wie bekomme ich das Ganze sauber? Kein Thema. So schnell kannst du nicht einmal die Gabel nehmen, bin ich mit der Reinigung fertig. Einmal rechts, einmal links. Meine Damen und Herren, haben Sie schon einmal eine Pfanne so schnell sauber gemacht? Das ist das Nonplusultra. Wann haben Sie das letzte Mal ohne große Mühe ein leckeres Essen auf den Punkt zubereitet? Noch nie? Sie müssen kein Meisterkoch sein, um knackiges Gemüse und saftiges Fleisch zu zaubern. Oder Ihre Familie mit Eintöpfen oder leckeren Desserts zu überraschen. Das alles und noch viel mehr können Sie ab jetzt mit Leichtigkeit mit Ihrer Duo Magic machen. Kochen, Backen, Braten, Schmoren, Dünsten und Gratinieren war noch nie so einfach. Und die Reinigung geht wie von selbst. Die Duo Magic hält jedem Härtetest stand. Weder Besteck, noch Hitze, noch nicht einmal ein Hammer können der sensationellen Duo Magic etwas anhaben. Entscheiden Sie sich noch heute für ein neues Kochgefühl und bestellen Sie Ihre eigene Duo Magic. Die Schrimmste, die ich jetzt hineingebe, können Sie mit oder ohne Fett kurz anbraten. Es gibt hier kein Festkleben. Es gibt hier kein Einbrennen. Jetzt nehme ich vor Ihren Augen süßsaure Soße. Normalerweise der Tod der beschichteten Pfanne, weil die süßsaure Soße wird sich unten verewigen. Die Duo Magic, die magische Pfanne aus Thermokeramik, verzeiht Ihnen alles, was Sie in der Küche hineingeben. Es wird Sie an dieser Oberfläche, auch der Süße in der Soße, nicht einbrennen. Auch die Sahne, ein natürlicher Feind von jeder Bratpfanne, würde sich unten verewigen. Spielt bei uns überhaupt keine Rolle, meine Damen und Herren. Dieses Geschirr sollte in keiner Küche fehlen. Duo Magic ist das Zauberwort. Das ist ein Augenschmaß, das ist eine Augenweide. Da brauche ich kein Haubenrest daraus. Das können Sie zu Hause, genauso wie ich das kann, weil ich das richtige Geschirr habe. Die braten Rückstände bekomme ich einfach leicht heraus. Ich nehme einfach ein Stück Küchenpapier und gehe einmal in der Mitte durch die Pfanne durch. Damit Sie sehen, die Pfanne ist mit einem Wisch sauber und so muss sie sein. Und jetzt können Sie zu Hause die Pfanne in die Spülmaschine geben. Sie können so wie ich rechts und links auswischen. Sie haben kein Problem und haben immer ein sauberes, hygienisches Geschirr. So schnell, so leicht und so einfach kann es gehen. Schöner geht es einfach nicht mehr. Mit der sensationellen Duo Magic kochen Sie immer gesund. Bereiten Sie alle Speisen ohne Fett oder Öl zu. Dank der einzigartigen Thermokeramikbeschichtung bleibt nichts kleben oder haften. Die roten Punkte zeigen Ihnen, wann die Duo Magic für Sie bereit ist. Sobald die Pfanne strahlend weiß ist, können Sie nach Herzenslust kochen, braten, dünsten oder schmoren. Frisches, knackiges Gemüse mit Duo Magic, kein Problem. Saftig gebratenes Fleisch? Duo Magic macht's möglich. Deftige Reis- oder Nudelpfannen? Ein Gaumenschmaus dank Duo Magic. Unwiderstehliche Desserts? Duo Magic zaubert split schnell. Mit Duo Magic verzichten Sie weder auf Geschmack noch auf Vitamine. Das Einzige, worauf Sie verzichten, sind giftige Belege und Energieverschwendung. Keramik war gestern. Thermokeramik von Duo Magic ist die Zukunft der Küche. Schon heute zu haben, nur bei Mediashop. Die Duo Magic hat jetzt, weil sie unten weiß wird, Minimum 80 Grad. Jetzt warte ich noch, bis der Rand verschwindet, bis alle Punkte oben weg sind. Dann habe ich die in der ganzen Pfanne gleichmäßig verteilt. Bei Pute oder bei Hühnerfleisch. Draht Sie das an der unteren Seite an. Meine Damen und Herren, wenn die Fläche weiß ist und nur dann haben Sie die richtige Temperatur. Die Pute, meine Damen und Herren, rückt in der Pfanne hin und her. Das klingt nicht. Die können sich überhaupt nicht. Und jetzt schau her. Nach kurzer Zeit, das dauert einmal 10 Sekunden, dreht das erste Stück um und krieg schon Bräunung. Super schnell. Auch bei Pute kein Fett. Überhaupt kein Fett. Natürlich können Sie zu Hause alles mit Öl, alles mit Fett zubereiten. Aber das müssen Sie nicht. Sie können sogar Fisch oder Fleisch ohne Öl und ohne Fett zubereiten. Papi, ich kann eine Riesenmenge auf einmal aufbraten. Du kannst die Riesenmenge machen für vier Personen. Das Volumen in der 24er Pfanne ist das Volumen, wo Sie normalerweise eine 28er brauchen. Weil wir eine Hochrandpfanne haben. Weil wir die Pfanne bis oben hin befüllen können. Das Aufwärmen von Reis zum Beispiel. Das ist ein eigenes Kapitel. Das haftet unten an. Haben Sie schon einmal probiert, in einer Pfanne Reis zu kochen? Dann kennen Sie vielleicht das. Bei normalen Beschichtungen, ja, brennt sich alles ein. Das bleibt ein Leben lang in der Pfanne drinnen. Der Reis, ja, obwohl er in die knallheiße Pfanne gekommen ist, der löst sich von der Unterseite. Sie können bei der Duo Magic keinen Fehler machen beim Kochen. Egal ob Profi oder Hoppikoch, ja. Kinderleichte Handhabung. Nichts bleibt geben, nichts bleibt hoffen. Auch das aufgesprudelte Ei ist nicht der Feind der Pfanne wie bisher. Jetzt nehme ich hier einen Bratenwender und gehe mit dem Bratenwender hinein und jetzt schauen Sie, was passiert. Es wird alles angebraten, aber es klebt sich nicht fest, es verbrennt nicht. Eierreis perfekt hier drinnen und zubereitet. Ohne Kleben, ohne Haften. Da gibt es kein Festplatten. Und ohne Fett. Da gibt es kein Festkleben. Da gibt es kein Verbrennen. Duo Magic, der letzte Stand der Technik. Das Beste, was Sie Ihrer Küche antun können. Vergleichbare Pfannen haben nur eine durchschnittliche Randhöhe von 3 cm. Aber die Duo Magic mit der revolutionären Thermokeramikbeschichtung ist eine Hochrandpfanne mit reichlich Platz für Speisen aller Art. Und jetzt aufgepasst. Wir haben heute ein Angebot, das Sie nicht ausschlagen können. Sie erhalten Ihre Duo Magic für ein sensationelles Kocherlebnis zum unschlagbaren Markteinführungspreis. Aber das ist noch nicht alles. Zusätzlich zu Ihrer Duo Magic erhalten Sie den Thermoglasdeckel mit Zargenrand und Dampfventil. Gratis dazu. Aber es gibt noch mehr. Im Rahmen unserer Markteinführung erhalten die ersten 100 Anrufer nur hier und nur heute die exklusive Duo Magic Großraumpfanne mit noch mehr Platz für all Ihre Speisen. Inklusive Thermoglasdeckel mit Zargenrand und Dampfventil. Ebenfalls gratis dazu. Vergleichbare Pfannensets kosten Sie weit über 200 Franken und können nicht einmal einen Bruchteil von Duo Magic. Aber dieses sensationelle Set erhalten Sie für nur vier kleine Raten zu je 39.90 Franken. Und jetzt kommt die Sensation. Weil Duo Magic Markteinführung in Europa feiert, streichen wir noch einmal eine ganze Rate. Ja, Sie haben richtig gehört. Sie sparen fast 40 Franken und erhalten das exklusive Duo Magic Luxus Set. Bestehend aus der 24 cm Pfanne und der 28 cm Großraumpfanne. Beide inklusive Thermoglasdeckel für nur unglaubliche drei Raten zu je 39.90 Franken. Aber jetzt legen wir noch einen drauf. Wenn Sie jetzt anrufen und sofort bestellen, bekommen Sie zusätzlich auch noch die Duo Magic Frühstückspfanne für Ihren perfekten Start in den Tag. Ebenfalls vollkommen gratis mit dazu. Und es bleibt immer noch bei nur drei Raten. Ah, 39.90 Franken. Dieses fantastische Angebot dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Also, worauf warten Sie noch? Rufen Sie gleich an oder bestellen Sie bequem im Internet unter www.mediashop.tv. Bei den meisten Pfannen ist es so, ich weiß ja nicht, welche Temperatur habe ich. Da weiß ich es, wenn die roten Punkte weg sind, dann habe ich die richtige Temperatur. Wenn ich da jetzt Zucker hineingebe, dann wird der Zucker schön gleichmäßig schmelzen. Das verstehen wir unter perfektem Karamellisieren. So wie das ausschauen bei Geschirr aus Edelstahl. Da bleibt der Zucker drauf, schauen Sie her. Aber bei mir läuft der Zucker in der Pfanne wunschgemäß hin und her. Meine Damen und Herren, schauen Sie sich das einmal an. So muss Karamellisieren funktionieren. Das Ganze bärlt ja richtig schön ab. Magische Pfanne, Duo Magic. Das ist das Nonplusultra in der Küche. Die Duo Magic gibt Ihnen die Sicherheit beim Kochen, beim Backen, beim Braten. Wenn die roten Punkte weg sind, dann habe ich die richtige Temperatur. Ideale Voraussetzung auch für Pfannkuchen, für Omelette, für Palatschinken. Unten haben wir eine hundertprozentige Wärmeverteilung. Über den Wärmespeicherboden geht es bis in die oberen Enden der Pfanne, meine Damen und Herren. Schau, jetzt löst sie sich. Jetzt, wenn sie oben matt ist, habe ich die Gewehr. Siehst du das? Die schwimmt so richtig in der Pfanne herum. Und jetzt kann ich sie auch wenden. Da gibt es 20 verschiedene Arten. Du kannst sie wenden, du kannst sie umdrehen. Gleichmäßige Wärmeverteilung schaut so aus. Und jetzt kommt darauf die Fühlung. Du kannst wählen zwischen Mandarinen oder Mandarinen. Ich nehme Mandarinen. Ich zeige das einfach mit Mandarinen und werde das Ganze flampieren. Du kannst jetzt noch einmal das Studio und die Kameraleute anschauen. Kannst dich jetzt gleichzeitig von ihnen verabschieden. Wir flampieren nämlich mit 80%igen Alkohol. Unten bleibt der reine Geschmack. Das ist ein Geschmackserlebnis vom Allerallerfeinsten. Jetzt werden hier Kräfte und Temperaturen frei, die normalerweise jedes Kochgeschirr vernichten würde. Aber nicht, meine Damen und Herren, unsere Pfanne. Diese Keramikpfanne ist einfach unfair wüstlich. Das Ganze kannst du dir jetzt aussuchen, wie du es das haben willst. Möchtest du es gerollt oder zusammengeschlagen oder möchtest du es einfach nur so probieren? Das nenne ich die magische Pfanne. Duomagic und so leicht ist die Reinigung. Da gibt es keine Rückstände, die sich einbrennen. Nur bei der Duomagic geht es so schnell, so leicht und so einfach. Reinigung, ein Kinderspiel. Schaut aus wie neu. Sie ist weiterhin einsatzbereit. Die Duomagic vereint die Vorteile der besten Keramikpfanne der Welt. Hitze beständiger Griff, Flammschutz, Wärmespeicherboden, Zargendeckel und Auslassventil mit der revolutionären Thermokeramikbeschichtung. Sobald die roten Punkte verschwunden sind und die Pfanne strahlend weiß ist, ist die Duomagic einsatzbereit. Kein zähes Fleisch durch niedrige Temperaturen. Keine Energieverschwendung durch zu langes Warten. Kochen sie fettfrei und gesund. Nichts bleibt kleben oder haften. Und die Reinigung von Käse, Zucker, eingebrannter Milch und vielem mehr geht wie von Zauberhand. Die revolutionäre Duomagic ist die beste Pfanne, die unsere Experten jemals getestet haben. Ich befasse mich seit über drei Jahrzehnten mit Kochen und mit Kochgeräten. Das ist die beste Pfanne, die ich je gezeigt habe, die ich je verwendet habe. Auch Sie zu Hause werden begeistert sein. Vergleichbare Pfannen haben nur eine durchschnittliche Randhöhe von 3 cm. Aber die Duomagic mit der revolutionären Thermokeramikbeschichtung ist eine Hochrandpfanne mit reichlich Platz für Speisen aller Art. Und jetzt aufgepasst, wir haben heute ein Angebot, das Sie nicht ausschlagen können. Sie erhalten Ihre Duomagic für ein sensationelles Kocherlebnis zum unschlagbaren Markteinführungspreis. Aber das ist noch nicht alles. Zusätzlich zu Ihrer Duomagic erhalten Sie den Thermoglasdeckel mit Zargenrand und Dampfventil gratis dazu. Aber es gibt noch mehr. Im Rahmen unserer Markteinführung erhalten die ersten 100 Anrufer nur hier und nur heute die exklusive Duomagic Großraumpfanne mit noch mehr Platz für all Ihre Speisen. Inklusive Thermoglasdeckel mit Zargenrand und Dampfventil. Ebenfalls gratis dazu vergleichbare Pfannensets kosten Sie weit über 200 Franken und können nicht einmal einen Bruchteil von Duomagic. Aber dieses sensationelle Set erhalten Sie für nur vier kleine Raten zu je 39 Franken 90. Und jetzt kommt die Sensation. Weil Duomagic Markteinführung in Europa feiert, streichen wir noch einmal eine ganze Rate. Ja, Sie haben richtig gehört. Sie sparen fast 40 Franken und erhalten das exklusive Duomagic Luxus Set. Bestehend aus der 24 cm Pfanne und der 28 cm Großraumpfanne. Beide inklusive Thermoglasdeckel für nur unglaubliche drei Raten zu je 39 Franken 90. Aber jetzt legen wir noch einen drauf. Wenn Sie jetzt anrufen und sofort bestellen, bekommen Sie zusätzlich auch noch die Duomagic Frühstückspfanne für Ihren perfekten startenden Tag. Ebenfalls vollkommen gratis mit dazu. Und es bleibt immer noch bei nur drei Raten. Ah, 39 Franken 90. Dieses fantastische Angebot dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Also, worauf warten Sie noch? Rufen Sie gleich an oder bestellen Sie bequem im Internet unter www.mediashop.tv Käsefürstfondue. Normalerweise der Feind von jeder beschichteten Pfanne. Lass sich hier drinnen zerlaufen. Auch Käse wird sich niemals in der Oberfläche verewigen. Schauen Sie, was der Käse bei mir macht. Ja, sagen Sie mir, ein Geschirr, eine Pfanne, wo Sie so unproblematisch Käse zerlaufen lassen können. Das können Sie nehmen zum Gratinieren. Dieser Käse, meine Damen und Herren, der von der Gabel nie mehr runter geht, den Sie aus der Pfanne normalerweise nicht herauskriegen, den kann ich hier einfach herausrutschen lassen. Weil diese Pfanne eine Oberfläche hat, die bohrenfrei ist, gebe ich jetzt diesen Käse aus der Pfanne. Magische Pfanne, Duomagic. Käse rückstandsfrei heraus. Und jetzt schauen Sie mir her. Dieser Käse löst sich nur aus diesem Material. Nicht vom Porzellan, nicht von der beschichteten Pfanne und schon gar nicht von der Innenstahlpfanne. Und jetzt zeige ich Ihnen die Reinigung. Wir nehmen ein Stück Küchenrolle, wischen dann das Ganze aus und haben das Ganze sauber. Wir haben sie schon einmal im Leben, egal welches Geschirr Sie verwenden, so eine leichte Reinigung gehabt. Mit der sensationellen Duomagic sind Ihrer Fantasie beim Kochen ab jetzt keinerlei Grenzen mehr gesetzt. Dank der einzigartigen Thermokeramikbeschichtung wissen Sie immer genau, wann die Duomagic bereit zum Kochen ist. Egal ob Sie braten, dünsten, schmoren oder gratinieren. Mit der einzigartigen Duomagic wird jede noch so einfache Speise zu einem kulinarischen Highlight. Verabschieden Sie sich von angebrannten Käse, labbrigen Gemüse oder zähem Fleisch. Auch eingebrannte Soßen, Reis oder Nudeln wird es ab jetzt nie mehr geben. Die Duomagic ist die Küchensensation, auf die Sie immer gewartet haben. Der nächste Einsatz, meine Damen und Herren, das ist ein Härtetest. Diese Keramikpfanne, meine Damen und Herren, habe ich gekauft in einem Kaufhaus. Für ca. 60 Euro. Ich habe hier konzentrierte Milch und gebe das in diese schwarze Pfanne. Wenn sich die Wärme verteilt hat, dann habe ich hier den Horror pur. Das heißt, es wird sich einbrennen, wird sich anbrennen. Bei mir hingegen kriege ich das Fantastische heraus. Ich nehme eine Lötlampe, die kriegt an der Spitze 700 bis 800 Grad. Wenn Sie mit sowas in die Pfanne hineingehen, dann kann man normalerweise das Geschirr vergessen. Das kannst du weghauen. Das kriegst du normal nie mehr raus. Bei mir in der Pfanne mache ich dasselbe. Eingebratte Milch, das ist das, was Sie aus der Pfanne normalerweise nicht herausbekommen. Bei uns spielt das alles keine Rolle. Sie sehen, diese weiße Oberfläche wird von dieser Hitze absolut nicht angegriffen. Christina, das wird deine Arbeit für heute. Und zwar bis zum späten Abend, bis wir nach Hause gehen. Ich nehme ein Stück Küchenpapier. Du kannst nehmen einen ganzen Lastwagen voll Küchenpapier und kriegst es nicht einmal einnähernd raus. Meine Damen und Herren, das ist reinigen, so wie ich es kenne. Das passiert gar nichts. Einmal durch und es ist sauber. Ein zweites Mal durch und es ist wieder sauber. Und ein drittes Mal durch und ich behaupte, das hat es bisher noch nicht gegeben. Happy. Das ist ein Riesenvorteil. Ich nehme meine Gabe. Du kannst nehmen, was du willst. Du kannst nehmen ein Stemmeisen. Du kannst nehmen eine Trennscheibe. Jetzt ist die Pfanne sauber und sie ist noch immer knallheiß. Und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt zeige ich Ihnen etwas, das war überhaupt noch nie da. Keramik, wenn es jetzt mit kaltem Wasser in Berührung kommt, würde springen. Aber noch schlimmer wie das kalte Wasser, Gräscheiß. Und wenn Sie das jetzt zu Hause in Ihre knallheiße Pfanne geben, dann können Sie beides entsorgen. Beschichtungen würden aufbrechen. Giftige Dämpfe werden frei. Keramik, meine Damen und Herren, in dieser Qualität. Bitte aufpassen. Nicht atmen, nur zuschauen. Das wird in Sekundenschnelle schmelzen. Wollen wir jetzt da ganz genau hineinschauen. Die roten Punkte kommen zum Vorschein. Weil die Pfanne kalt ist, weil sie als einzige Pfanne der Welt signalisiert, jetzt ist sie nicht betriebsbereit. Jetzt ist sie kalt. Jetzt sollten sie nicht kochen oder braten. Jetzt bitte ich dich, geh mit denen zum Sondermüll. Ja, ich gebe auf. Erzorge die Pfanne und mach's wie bisher. Kaufe dir wieder eine neue. Oder nimm einmal diese Pfanne, was kein Luxus ist, sondern das braucht man einfach zu Hause. Die Duo Magic vereint die Vorteile der besten Keramikpfanne der Welt. Hitzebeständiger Griff, Flammschutz, Wärmespeicherboden, Zargendeckel und Auslassventil mit der revolutionären Thermokeramikbeschichtung. Sobald die roten Punkte verschwunden sind und die Pfanne strahlend weiß ist, ist die Duo Magic einsatzbereit. Kein zähes Fleisch durch niedrige Temperaturen, keine Energieverschwendung durch zu langes Warten. Kochen sie fettfrei und gesund, nichts bleibt kleben oder haften und die Reinigung von Käse, Zucker, eingebrannter Milch und vielem mehr geht wie von Zauberhand. Die revolutionäre Duo Magic ist die beste Pfanne, die unsere Experten jemals getestet haben. Ich befasse mich seit über drei Jahrzehnten mit Kochen und mit Kochgeräten. Das ist die beste Pfanne, die ich je gezeigt habe, die ich je verwendet habe. Auch Sie zu Hause werden begeistert sein. Vergleichbare Pfannen haben nur eine durchschnittliche Randhöhe von 3 cm. Aber die Duo Magic mit der revolutionären Thermokeramikbeschichtung ist eine Hochrandpfanne mit reichlich Platz für Speisen aller Art. Und jetzt aufgepasst, wir haben heute ein Angebot, das Sie nicht ausschlagen können. Sie erhalten Ihre Duo Magic für ein sensationelles Kocherlebnis zum unschlagbaren Markteinführungspreis. Aber das ist noch nicht alles. Zusätzlich zu Ihrer Duo Magic erhalten Sie den Thermoglasdeckel mit Zargenrand und Dampfventil. Gratis dazu. Aber es gibt noch mehr. Im Rahmen unserer Markteinführung erhalten die ersten 100 Anrufer nur hier und nur heute. Die exklusive Duo Magic Großraumpfanne mit noch mehr Platz für all Ihre Speisen inklusive Thermoglasdeckel mit Zargenrand und Dampfventil. Ebenfalls gratis dazu. Vergleichbare Pfannensets kosten Sie weit über 200 Franken und können nicht einmal einen Bruchteil von Duo Magic. Aber dieses sensationelle Set erhalten Sie für nur vier kleine Raten zu je 39 Franken 90. Und jetzt kommt die Sensation. Weil Duo Magic Markteinführung in Europa feiert, streichen wir noch einmal eine ganze Rate. Ja, Sie haben richtig gehört. Sie sparen fast 40 Franken und erhalten das exklusive Duo Magic Luxus Set. Bestehend aus der 24 cm Pfanne und der 28 cm Großraumpfanne. Beide inklusive Thermoglasdeckel für nur unglaubliche drei Raten zu je 39 Franken 90. Aber jetzt legen wir noch einen drauf. Wenn Sie jetzt anrufen und sofort bestellen, bekommen Sie zusätzlich auch noch die Duo Magic Frühstückspfanne für Ihren perfekten Start in den Tag. Ebenfalls vollkommen gratis mit dazu. Und es bleibt immer noch bei nur drei Raten. Ah, 39 Franken 90. Dieses fantastische Angebot dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Also, worauf warten Sie noch? Rufen Sie gleich an oder bestellen Sie bequem im Internet unter www.mediashop.tv Imㅋㅋㅋㅋ Untertitelung des ZDF, 2020